Hallo, ich bin Aaron Rogge, ich komme aus Lutherstadt Wittenberg, habe lange Zeit in Halle gelebt und in Berlin, Heidelberg und Halle auch studiert. Jetzt bin ich in Apolda und in den Dörfern von Kapellendorf der neue Pfarrer. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir viel miteinander reden, dass wir uns austauschen, dass wir einander zuhören und dass wir uns dadurch ein bisschen besser kennenlernen können.